Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar mache ich heute das Collector Pin Case Opening das was ich eigentlich letztens schon aufnehmen wollte aber da kam mir dann das giveaway dazwischen aber kein Problem das mache ich eben jetzt ich habe hier fünf stück sie sicherzeit noch mal nachziehen und ja also die Anstecknadel die Wächter Elite wäre nice da habe ich zwar schon einmal im Inventar aber da macht man halt das meiste Profit wenn man die bekommt würde ich dann noch instant verkauft glaube ich also instant geht ja nicht aber dass beides halt geht dann die Anstecknadel das 2 würde ich mich sogar behalten das ist dann noch nice normale Wächter würde ich behalten ist nice die Taktik ist auch nice so für die 2 würde ich mich auch freuen so wie die Sieg ja wenn ich pink weiß nicht was dafür und da Profit macht oder nicht ja also ich hoffe dass ich halt keine doppelt bekommen sonst wäre das halt scheiße außer die die kann ich recht doppelt bekommen oder vielleicht auch die ich weiß nicht was die Preise sind dann machen wir gleich mal die erste auf dann habe ich ja gar nicht glaube ich auch schon von jedem oh nice okay das ist schon mal gut dann habe ich glaube ich auch schon ungefähr von jedem so eine Case Opening gemacht was es gibt einmal von jeder Case dann Souvenir Cases Sticker Cases und jetzt halt noch die Anstecknadeln erst mal gleich reingelackt mal nachschauen was das kostet ok 13 30 ja ist ziemlich gleich vielleicht wenn Profit dann nicht viel aber ist schon mal ok ok dann würde ich die auch ein zweites mal nehmen was gibt es denn noch also ich weiß nicht pink also dann ist pinke oh was ist da los man ok zweimal rot hintereinander das ist nice das ist echt nice gleich mal nachschauen wo da jetzt ungefähr bald der Preis steht auch nö ich glaube ich mache heute noch ein Case Opening normales irgendwie wahrscheinlich gerade lag zu haben vor der Aufnahme habe ich sogar noch eine Case auf also aufgemacht zum ja aufwärmen oder wie man halt sagen soll und da war nur blue aber wenn ich anscheinend jetzt so luck habe 30 euro das ist das ok bis jetzt ist es mal nice wenn jetzt noch mal rot kommt aber man ich bin gehyped bleib stehen ne na gut train wächter wäre hätte ich mich mehr gefreut wächter taktik sieg das wären halt so die drei was ich jetzt noch nice finden würde oder zweimal rot ok Milite ja dann wären wir eigentlich schon bei der letzten wieder aber die zweimal rot das ist ja wow rubeln wir hier mal dann hier hier ja dann hier nochmal und hoffen auf das beste ok das ist gut also nicht gut preisliche sind aber finde ich nice die finde ich nice wenn wir schon fast überlegen ob ich mir nicht nach welche kaufen soll kann ich die gleich instant verkaufen und mal momentan auch schon eigentlich kann ich die instant verkaufen ne dann lasse ich das mal vielleicht nehme ich noch ein zweites mal also ein zweites auf wo ich noch mal fünf an boxe oder so mal überlegen ja wie dem auch sei wenn es euch gefallen hat würde ich mich über ein daumen nach oben freuen oder über ein abo sowieso und ansonsten ciao und bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten mal